Ein Foto muss ich noch ein. Weiß ich mir doch schon erzählt Franzi Eier. Auf CVD. Der war halt englisch, halt deutsch. Weißt du immer so in den Zeitsprung. Über so Piraten. In der... Jamaika. Und dann noch Guadalupe. Zwischen Nordamerika und Südamerika. Karibik. Karibik. Mit... Boah, das ist so großartig. Hehehehe. So aus! Hehehe. Hehehe. Deine Haare, Alter! Ja, das ist gut so, oder? Oha! Oha, das ist ein Posenmeier!